Musik Viel Spaß bei der Reise über Europa. Dankeschön. Es leben die Ollensteins! Musik 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 Entweder im Politarium erforschten und empfehlten die Brüder die ersten funktionierenden Flugmaschinen. Darunter auch der Volatus 2. In Kürze werden auch sie mit dieser Maschine hängen. Da sind sie wieder, diese bunke zuffelten Flügel. Los, was findest du? Die werden nicht gehubelt. Die werden nicht gehubelt. Die werden nicht gehubelt. Die werden nicht gehubelt. Amen. Amen. 140 Passagiere gleiten gleichzeitig mit Sesselliftartigen Gondeln in zwei Theatern auf spektakuläre Weise durch die Lüfte. Auf riesigen 21 Meter großen Leinwänden sind sensationelle Luftaufnahmen von Europas Landschaften und Metropolen zu bestaunen. Effekte wie Wind, Wasser und Düfte machen das Durchkreuzen der 16 Meter hohen Kuppeln zu einem Hochgenuss für die Sinne. Und intensivieren das Gefühl vom Fliegen wie nie zuvor. Unter der Regie von Holger Tappe wurde der Film von Magmedia produziert. Hochtechnisierte und in Europa einzigartige Kamerasysteme, die bei den Überflügen an einem Helikopter und an Drohnen installiert waren, ermöglichten Aufnahmen in bester Qualität. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.